Ich habe einen tollen Job. Ich bin Mediaberater bei der Stuttgarter Zeitung. Wenn auch du gerne auf Menschen zugehst und kommunikativ bist, ist das der ideale Job für dich. Erfolg ist messbar. Deswegen steht bei uns die individuelle Beratung im Vordergrund. Sowohl am Telefon als auch vor Ort. Eine gute Kundenbeziehung ist wie ein gutes Eis. Denn wenn mir das Eis schmeckt, besuche ich die Eisdiele wieder. Verkauf ist für mich Leidenschaft und ich stehe mit Leidenschaft hinter unserem Produkt. Verkaufen ist für mich, andere Menschen mit einem Produkt zu begeistern. Ich freue mich auf neue Kolleginnen und Kollegen. Steige um auf eine erfolgreiche Zukunft. Wir sehen uns im Pressehaus. Vertraue und glaube, es hilft, es heilt die göttliche Kraft!